Schulbildung für alle. Von diesem Ziel ist die Welt nach dem neuesten Bericht der UNESCO noch immer weit entfernt. Im Jahr 2015 sind 264 Millionen Kinder nicht zur Schule gegangen. Und diese schlechten Zahlen bei der Schulausbildung haben sich in den letzten Jahren auch nicht verbessert. Weltweit fehlen jährlich 33 Milliarden Euro für eine hochwertige Bildung für Jungen und Mädchen.